UNTERTITELUNG Ja, so ist das. Ich leite nun mal diese Firma und die Aufgabe lautet, eine Journalistin nach Paldonia und wieder nach Hause zu bringen. Viva Paldonia! Nein! Ist ne einmalige Sache. Nein, nein und nein. Wer ist sie? Deswegen lege ich hiermit meine Tätigkeit nieder. Keine Terrasse. Bei 20.000 sicher schon, oder? Willkommen in Paldonia. Präsident Venegas, es ist so schön, Sie kennenzulernen. Erstmal ein Selfie. Gut so? Ah, das wird, danke. Vamonos! Was ist denn hier gerade passiert? Dieser Ein-Mann-Schutzengel hat uns den Arsch gerettet. Er ist ein Held. Ich werde dem Präsidenten während des Staatsstreichs zur Seite stehen. Das ist die Story meines Lebens. Nun, dafür müssen Sie aber auch am Leben bleiben. Wir hätten nie hierher kommen dürfen. Verschwinden wir. Wir können ihn doch nicht zurücklassen. Laufen Sie! Schnell! Ich mache hier bloß meinen Job. Was? Gar nichts. Sind Sie jetzt immer noch scharf auf Ihre Story? Ganz unter uns! Das lässt nach! Wo ist Venegas? Hier ist Venegas! Für Bredonia! Hey! Das ist nicht der Zeitpunkt für Anforderungsrufe! Hör auf damit! Oh! Oh mein Gott! Ah, ich bin beeindruckt, Mr. Petitz. Der ist gar nicht Petit. Oh! Sagen Sie mir, dass Sie das drauf haben! Laufen Sie! Neuem. See! CuzВans Untertitel. Vielen Dank.